Ja doch was, eine Maschine, die Wäsch trocknet und bügelt in einem Arbeitsgang auf Knopfdruck, klingt zu schön, um wahr zu sein, nicht für Franz Dietert aus der Steiermark. Der Erfinder hat für seine Wunder-Waschtrocken-Bügelmaschine bereits das Patent bekommen und am Prototyp wird schon eifrig gebastelt. Onka Takkatz hat sich erste Einzelteile angeschaut. Kennen Sie die Fifi schon? Haben Sie schon gehört davon? Wie der Waschtag ohne Plag wird zum Feiertag. Fifi wird sie nicht heißen, die neue Wunder-Waschmaschine, sondern Waschautomat WorkSmart. Und er könnte mit dieser Erfindung zum Traum aller Hausfrauen und Männer werden. Denn Waschen, Trocknen, Bügeln zählen nicht geradezu den Lieblingshausarbeiten. In die Waschküche zu rumpeln und den ganzen Tag zu rumpeln, mit den nassen, kalten Latschen, durch die Wassernacken hatschen. Das ist nicht mehr nötig heute, darum kauft euch liebe Leute eine Fifi-Waschmaschine. Die neue Fifi schaut zumindest am Plakat von außen ultra modern aus. Innen drin wird sich, ist der Prototyp erst einmal fertig, eine uralte Waschmethode um die Dreckwäsche kümmern. Ich konnte mich noch zurückrennen, meine Mutter hatte noch mit dem Gewaschen. Und da meine Idee, Waschen und Bügeln nicht in einer herkömmlichen Maschine funktionieren kann, war mir von Anfang an klar. Also das Drehen musste einmal weg. Und so ist eben durch die Waschrumpel das Rauf und Runter entstanden. Und mit diesem Rauf und Runter Waschrumpel war eigentlich schon das amerikanische Kölschrank unter Anführungszeichen meine zukünftige Maschine mit Waschen und Bügeln schon in Bildform vorhanden. Nun ihr Leute, hört euch an, wie die Fifi waschen kann. Nur ein Druck und eins, zwei, drei, keine Hexerei. Die Wäsche wird sich also nicht wie bisher in einer Drommel drehen, sondern wird senkrecht in ein Laugenbecken getaucht, ausgefrungen. Und das einzeln, wie das genau funktionieren soll. Dazu war eben ein spezieller Bügel notwendig, der die Kleider hält, wo das Ganze festgemacht ist. Und dieser Bügel war eigentlich das Schwierigste, um ein Hemd, einen Pullover, Handtücher, Leintücher etc., Hosen, jegliche Art an Textilien zu verpacken, auf einfache Art und Weise. Diese eingespannten Teile extra stark zu waschen, schonend zu waschen und auch schonend zu bügeln. Ob aus Leinen oder Wolle spielt bei Fifi keine Rolle, Händen, Strümpfe, Unterhosen, Blusen mit und ohne Rosen, Tisch, Geschirr und Taschenbücher, Kinoleinwandleinen, Bücher, Sockenhalter, Hüstenhalter. Wir haben einerseits den Kragen, der ja extra sauber, extra gebügelt werden soll. Und auf der anderen Seite die Ärmel bunt, die auch wieder schmutzanfällig sind. Die dann auf dem gleichen Bügel, in der zweiten Seite verpackt werden, geschlossen werden. Und fertig ist eigentlich ein Textilien auf einem Bügel und kann schon in die Waschmaschine. So soll es dann in echt natürlich nicht ausschauen. Für die neue Maschine werden extra leichte Carbonbügel erzeugt. So weit, so gut. Gewaschen ist jetzt einmal, aber wie wird die Wäsche trocken und gebügelt? Jetzt kommt Heißluft ins Spiel. Die soll, so die Vision des Erfinders, die straffgespannten Wäschestücke nicht nur trocknen, sondern auch gleichzeitig bügeln. Problemzonen wie der Kragen oder Ärmelbund oder Hosenbund werden speziell in diesem Bügel gewaschen und gebügelt. Und der Rest wird faltenfrei durch Warmluft, durch Umluft, wie in einem Geschirrspüler als Vergleich, getrocknet und gleichzeitig gebügelt. Strumpf, Hand, Gürtel, Hosenträger, Schützen für die Schützen, Jäger, Kombination und Krawatten, Leichentücher zum Bestatten, für Verband und zum Besetzen und von Haar- und Einkaufsnetzen bis zum Stiefelfetzen. Bis zu 70 Stück Wäsche sollen darin einmal Platz finden. So weit, so gut, bis jetzt besitzt der Tüftler aus der Steiermark das Patent auf seine Erfindung. Ein paar Handskizzen und seine Maschine auf Karton. Wie soll daraus ein funktionierendes Gerät werden? Mit Hilfe des Institutes Innovateur-Technikum Austria, kurz ITA genannt, soll seine Wundermaschine, so hofft der Steirer, noch in diesem Jahr Wirklichkeit werden. Kleine Unternehmen oder auch Einzelfinder, denen fehlt meistens das Geld, um Prototypen oder Innovation überhaupt zu bauen. Und wir wollen ja als Art Motor fungieren hier, um Innovationen am Markt zu bringen. Die Kosten für den Bau des Prototypen, immerhin 60.000 Euro, übernimmt bereits ein Investor aus der Steiermark. 10.000 Euro hat Herr Dietert bis jetzt selbst in seine Erfindung gesteckt. Was seine Wundermaschine einmal kosten soll, rund 4.000 Euro. Bis das Ding in Serie gehen wird, kann es wohl noch einige Monate dauern. Wir werden jedenfalls über den ersten Waschgang berichten. Kennen Sie die Fifi schon? Haben Sie schon gehört davon? Wie der Waschtag ohne Plag wird zum Feiertag?